Hi, ich bin der Kilian Eder, ich spiele beim Essel Andreas die Ziehharmonika und ich finde es super cool. Und ich bin auf die Ziehharmonika gekommen, weil ich es schon mit vier oder mit drei mit einem Zollstabermatum da habe und dann hat der Opa gesagt zu mir, ich konnte einmal Ziehharmonika lernen. Das Arbeiten mit den Kindern ist halt ein Spaß. Und wenn ich jetzt selber ein Stück mehr arbeite, dann habe ich das selber geschafft. Und ich spiele es ganz anders wie alle anderen. Das habe wirklich nur ich, das ist mein ganz persönliches Ding. Und das habe ich vielleicht bei anderen Sachen nicht so. Und wenn es dann gelingt und sie lachen dich an und du hast das Gefühl, ich habe dem Kind etwas mitgeben können, das ist das Schönste. Mein Bruder, der spielt nämlich Erziehharmonika und dann habe ich mir doch das Mächte irgendwie auch aufhören. Ganz helle Töne, bei die schwarzen Knöpfe, Hans Dünklauer, so der Boss, Boss. Gemeinschaftliches Musizieren, professionelle Ausbildung, Vorbereitung aufs Leben. Ich finde das Musikum toll, weil ich es gut finde. Also wenn ihr zugehen spielen möchtet, bitte meldet euch bei uns. Wir freuen uns total auf euch. Wir freuen uns total auf euch. Wir freuen uns total auf euch. Es geht um! Wir freuen uns total auf euch. Lachen und wir freuen uns, wenn wir unskalen. Wir freuen uns, bei der Ballin, bis hin zu einem großen�venturen. Wir freuen uns, euch dann zu gehen. Und wir freuen uns, wenn alle, diese Träsenze zu sehen. Wir spielen, wenn Duvall, wir freuen uns, wir uns die Time im... Einander, ihre Zeit, wir erzählen uns. Bis zum nächsten Mal.